Jetzt darfst du auch joinen. Ich bin schon am joinen. Wie schnell ist denn der? So, jetzt bin ich auch da. Du bist ja im Arsch der Welt. Scheiße. Bist du mit dem falschen Charakter gejoint? Nein. Ich muss nochmal neu joinen. War der falsche Charakter. Ach siehst du. Ach der. Ab aus der falsche. Wo bin ich in der. Da fällt mir ein. Ich glaube ich habe den Stream nicht gestartet. Wie viele Räume habt ihr denn letztes Mal gefällt? Alle. Jodd hat alle gefällt. Nice. SoulEye, I have arrived. Wo bist du denn? Schräg immer. Ich sehe Raldora nicht. Ach, da kommt er. Hä, das bist doch nicht du. Das ist doch nicht. Das ist mein anderer Char. Warum kommst du mit deinem anderen Char online? Weil ich es falsch geklickt habe. Du bist falsch hier. Du bist falsch hier. Ich bring dich um. Du willst nur angeben. Verzieh dich. Du scheiß Süchtling. Außer aus unserem Dorf. Dann schieß dir ein Pfeil ins Gesicht. Hau ab. Wolfgang. Ja. Jetzt join mit deinem richtigen Char. Das ist eigentlich dein richtiger. Nein, das ist nicht dein richtiger. Das ist nicht der von dem hier. Ja. Der mit euch. Der mit euch geht. Das ist mein Zweitschar. Das ist nicht der richtige. Jetzt muss ich nachher alles rausschneiden. Das ist super. Ja. Ich hab mich auf einen schönen Abend gefreut. Dann kommst du jetzt mit sowas hier an. Ja. Hast du Angst. Als wenn andere nicht viel bessere Char haben als du. Und hässlich warst du auch. Ich fand sein Bogen eigentlich nicht so hässlich. Das war das Hässlichste an ihm. Neben seinem Gesicht. War der beste Bogen im Spiel. Und Jordl. Joint nicht. Oder was. Stimmt wir haben ja. Nahrungsbereitungsstätte. Doch. Hallo. Wolfgang Sand. Guck mal. Wir haben alle Erweiterungen gebaut für die Schmiede. Und für alles andere. Wobei. Wobei mir ruckelt es. Ich hab noch ein großes Nahrungsteil. Ja. Hast du wieder alles kaputt gemacht. Das war falsche Waffen. Upsala. Aha. Ich wollte eigentlich reparieren. Verlass mich auch einmal alleine. Warum? Das ist falsch. Was machst du da? Das ist richtig. Nein das ist nicht richtig. Was machst du? Du hast da ein Schrägdach drangemacht. Oh. Ja. Wusste ich. Du bist ja nie aufgefallen. Komm mal mit. Ja jetzt jetzt. Wolfgangsson. Warum bist du nicht mitgekommen? Was willst du da unten? Weil ich meine Sachen repariert hab. Wo bist du denn drin? Andersrum. Wolfgang Wolfgangsson. Andersrum Wolfgang Wolfgangsson. Oh neues Hütte. Ja das ist unser Abenteuerhütchen. Damit wir essen und trinken können. Ui. Nach der Party. Wir mussten ja irgendwie die Zeit Warte. vertreiben letztes Mal. Wir haben auch noch sehr viel Pons. Für jeden einen Krug. Ha 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 ha. Skoll. Skoll. Wie mach man? Skull. Das heißt Skull. Skull. Entschuldigung. Wir haben aber kein Med. Hallo Skull. Toll. Wie jetzt so. Du bist ausgeschüttet. Bitte. Ich bin schon. Und weg damit. Ha ha ha. Ah warte. Cheer. Nichts. Ja ja. Wink. Warum hab ich kein Med. Weil wir kein Med haben. Wir müssen Med machen. Wink. Oh ich muss mal Holzfälle machen. Wink. Zu einer Challenge. Okay. Dann machen wir wieder rein. Ne. Nichts Challenge. Wird ihr schon fermentiert? Ja. Ich fermentier darin was. Armeetmischung. Zehn Honig. Alter. Ich hab auch in der Kiste. Was fürs nächste Mal. Ich wusste nicht. Dass man beim Fermentieren. Sag ich mal. Am besten Meerefässer baut. Weil es so lange dauert. Deshalb hab ich das nicht richtig eingeplant. Ähm. Läuft schon alles jetzt. Wir brauchen nur noch Zinn. Ja wir brauchen ein bisschen Zinn. Weil wir haben ganz viel Bronze. Letztes Mal gesammelt. Irgendwie so. 70. 80 Bronze. Kupfer. So richtig viel. Ich meinte Kupfer. Echt? Ja Jörg ist gejoint. Hat aber noch nicht gesagt. Also beziehungsweise. Nichts gesagt. Und nichts aufgemacht hier. Warte. Ist so. Dass wir ihn sehen können. Bitte? Falls du es nicht wusstest. Bitte? Jörg ist gemutet. Falls du es nicht wusstest. Nein. Wusst ich nicht. Na er ist gemutet. Ja ich weiß. Ich freu mich ob er es weiss. Aber anscheinend schon. Irgendwie hat er sich hier im Bettvorleger gemacht. Weiß auch nicht warum. Und hörst du mal auf meine Hose zu fressen. Es reicht jetzt mal oder? Ja. Gut. Ähm. Was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen eigentlich wirklich zum zweiten Boss nur noch. Also meine Trolllederrüstung ist auch komplett geupgradet soweit es ging. Ich hab halt nur noch ne Lederrüstung noch nicht. Ich hab noch keine Trolllederrüstung. Wir haben auch das Meer entdeckt. Ja wir haben schon einen Weg zum Meer gefunden. Also beziehungsweise aufgedeckt wo wir mit dem Schiff am besten landen. Also beziehungsweise starten. Wir sind ein bisschen. Also wir sollten auch so ein Portal auch mal bauen. Wenn möglich. Wir sollten ja eh ein Hirnportal machen und beim Boss eins. Somit wir falls wir beim Boss sterben jederzeit wieder hinkommen. Richtig. Ja. Hallo Shingoza. Ich kann Feuerpfeile machen. Ja. Ja schon immer. 20. Ich bin 20. Feuerpfeile und feilen. Jetzt kommt es da. Ja. Ja. Das ist alles hier. Also beziehungsweise mehr konnten wir nicht bauen. Das sind alle Upgrades die es gab. Wie viel Kupfer? Bronze habt ihr denn? Wir haben ganz viel Kupfer geholt. Ja. Wir haben halt einfach schon mal angesammelt und haben halt nichts verbraucht. Okay. Was machen wir denn mit dem? Habt ihr irgendwie einen Plan mit dem ganzen? Mit der Bronze? Vielleicht noch einen zweiten Fermentierer oder sowas? Nein. Er ist jung noch. Ja. Aber einer ist halt schon länger. Ich glaub zwei werden schon. Ups. Ja wir können einen weiteren Fermentierer setzen. Theoretisch können wir auch schon mal Portale bauen. 5 Bronze. Das sollten wir alles noch da haben. Dann geh ich mal eben den zweiten Fermentierer machen. Ja. Edelholz. Vielleicht ist hier noch ein bisschen Harz verlegt. Oh hier. Ne. Okay. Okay. Entschuldigung. Ja ich würd mal Sachen sammeln für ein Dings. Für ein Portal. Für zwei Portale. Können wir Portale machen? Kann ich helfen? Ähm. Ja. Ich hatte doch ne Kupferachs oder nicht? Ach. Ja du hattest auch ne Kupferachs. Ja du hattest auch ne Kupferachs. Ach das ist schwer. Habe ich da euch irgendjemanden gegeben? Oder. Ich hab dann die Kupferachs. Warum? Also ich hab keine. Also ich hatte die erste. Ich bin nur für Feinwood. Äh. So dich wir mal ein Kupferachs. Ja ich bin grad auf dem Weg sowieso für Feinwood. Für den. Okay. Für die Portale. Ja nicht nur für ein Portal. Sondern auch für den Fermentierer. Weil dann haben wir doch nicht genug gehabt. Ich hab grad das letzte genommen. Okay. Ja Vince. Was machst du eigentlich schon bei der Zwischenzeit? Was machen wir in der Zwischenzeit? Was machen wir in der Zwischenzeit? Ja. Ich hab mir ne Metallachse. Eine Bronzeachse machen. Ich weiß was. Ich mach äh Feuerpfeil in der Zwischenzeit. Bis Puff wieder da ist. Hitz 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 hitz. Ach hier. Bronze Spitzhack. Hitz 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 hitz. Hitz 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 hitz. Bei Kernholz. Und. In Bronze. Und. Es reicht jetzt langsam. Brauchste Rüstung. Die brauchen wir eigentlich gar nicht gell. Wolfgang. Löcher. Brauchste Rüstung. Also für mich wird es sich schon lohnen. Einfach weil ich ja noch die Lederrüstung hab. Und die gibt halt sau wenig diese Rüstung nur. Noch ne Lederrüstung. Ich hab eigentlich kaum Lederrüstung. Ich kauf aus. Du hast ja die Trolle Rüstung. Die ist ja best. Die sind ja nur zwei Spächer sozusagen. Mit zwei Amos Spächer. Ja. Mit Tuniker und Trollhose. Aber mehr auch nicht. Ja ich hab gar nichts. Doch du hast ne Lederrüstung. Was wirklich? Und ein Turmschild. Oh das ist ja noch das schwer. Oh das ist ja schwer. Ach Roy nicht weg du dämliches Ding. Das heißt wir können auch Trolli jagen gehen. Gibt ja 5 Leder. Hier ist noch 4 Trolli da drin gell. Ja. Du brauchst halt noch eins. Du brauchst ja erstmal ne Trollhederrüstung. Eigentlich das wär ja am besten. Und die verlangsamt dich nicht. Ja aber Trollheder. Ja aber Trollheder. Das ist ja. Die ist fast genauso gut wie die anderen. Also wie die anderen. Und die verlangsamt dich nicht. Ja da müssen wir jetzt die ganze Trolle töten jetzt halt. Oh mein Gott. Den besseren Bogen. Wird eigentlich relativ gut gehen. Jetzt hab ich mir auch Feuer falle. Guck mal. Habe ich schon gesagt. Hallo Claude Katgur. Habe ich einfach gesagt. Hallo. Hund geh in dein Körbchen. Du machst mich fällig Köter. Was liegt denn hier unten. Warum legst du Spielzeug unter meinen Stuhl. Warum redet denn Jordi nicht? Ich weiß auch nicht warum. Weil Jordi nicht redet. Keine Ahnung. So. Ich glaub sogar für das Portal brauchst du diese Grauzwergen auch. Ja. Wir haben aber alles. Habe ich nicht gesehen. Gut. Ähm. Ist okay. Ups. Ich glaub den Vogel noch nicht drauf. Was probierst du da? Den Vogel zu treffen. So. Zweiter Vermittierer. Den Vogel versucht er zu treffen ob der Federn bekommt. Ja. Wir brauchen Pfeile. Ja die sind schlecht. Alle Pfeile. Und Pfeile. Geh mir da gar kein Damage. So. Zweiter Vermittier. Fass ist auch da. Ja. Die verbesserte Pfeile. Verbesserte Pfeile wären Bronze Pfeile. Oder? Seid das die Feuerstein Pfeile. Wo ist die Jodl hin? Der steht hier irgendwo irgendwo. Feuerstein Pfeile. Feuerstein Pfeile. Ich guck mal nach. Es gibt noch Bronze Pfeile. Ja. Aber Bronze Pfeile werden wir bestimmt nicht machen. Weil es einfach schweineteuer ist im Moment. Und so viel Bronze haben wir auch nicht. Meine ich doch. Ich doch. Ich doch. Keiner. Und dann komm her. Dann komm hoch auf meinen Schoß und dann setz dich hin bitte. Hallo Rowdy und Kisten Kalle. So. Leg dich hin. Und hör auf meine Klamotten zu fressen. Ich weiß eh nicht seit wann warum du damit so angefangen hast in letzter Zeit. Das war ein paar verbesserte Pfeile. Feuerstein Pfeile nicht. So. Ach du mal das Holzlager. Ja. Weil ich jetzt eben das normale Holz raus haben wollte. Nicht so schlimm. Dann wär ich bereit. 20 Feinwood. 10 Grauzwergen. Übrigens wurde es verändert jetzt mit den Werkbänken ne. Du musst jetzt ein Haus bauen für die. Also die müssen von dem Haus umrundet sein. Ja. Da stand ich in den Patch Notes drin. Also du musst immer noch. Also du musst immer noch. Äh. Bitte? Nix. Dann sag doch. Ja es gab noch mehrere. Also das mit dem Portal. Der Bug geht nicht mehr dazu. Deine Card mit durchs Portal nimmst. Und dann da mit Eisen teleportieren kannst. Oder mehr Rohstoffe. Er braucht sowas schon. Ja. Ja. Ich würde mal bisschen Essen machen dann bevor wir losgehen. Alter das ist noch Essen drin. Ja. Aber ich meine das hier irgendwie. Gutes Essen. Ich weiß nicht was wir da alles schon kraften können. Nix. Marmelade. Jam. Ja. Marmelade ist doch auch. Da musst du aber in den Dunkelwald gehen und Blaubeeren suchen. Ja. Und das fand ich halt letztes Mal. Also wir waren eigentlich im Dunkelwald deshalb. Und haben aber so gut wie keine Blaubeeren gefunden. Ja. Du müsstest auch Distan sammeln für die Gegengifte. Distan haben wir ja in der anderen. Also in der Werkstattkiste sind Distan drin. Komischerweise. Ich glaube gerade da irgendwie 48 Stück gesehen zu haben. Was hast du eigentlich Wolfgang? Gib mir an damit ich Marmelade machen kann. Ich hab noch neuen Blaubeeren im Inventar. Ja. Kann man doch noch Erdbeeren. Die sind alle da drüben. Erdbeeren haben wir drüben in der Kantine einige. Nicht wenige. Bestimmt 60, 70 Stück noch. Also 70 Stück. Ein Wildschwein. Ein zweites Wildschwein. Ja wenn ihr ein bisschen Fleisch noch sammelt ist das auch nicht verkehrt. Aber da ist das Licht gerade. Doof. Erdbeeren. 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 Der Gegner genau vor unserer Kantine. Du hast genau vor unserer Kantine. Kantine war übrigens. Zugang. Dankeschön. Guten Abend, Dunlok. Ah! Meine Rehealing kann ich behaupten. Ich kann, einmal, entweder kann ich Heiltränke machen, oder jam. Ich glaube, ich vereine ich das auch schon. Da ist noch Marmelade. Na kurz. Wenn du eine doofe Heiltränke brauchst, dann crafte du eine doofe Heiltränke. Die sind halt gut zum Heilen. Ach. Und ich dachte damit... Ich dachte, die sind dafür da, damit du einen guten Durchfluss hast. Okay, du kriegst keine von den Heiltränken. Ich brauche keine. Ich bleibe eh auf Distanz. Die habe ich eigentlich nur für Vincent gemacht. Weil er immer stirbt. Aber so lange ist er nicht mehr gestorben. Bei den letzten zwei. Guten Abend, Marco. Einmal. Da bin ich einmal gestorben. Das war beim letzten Mal. So. Das ist der zweite Färm. Höchst du verletzen. wie genau. Wie genau. Das ist der zweite Färm. so wie viel brauchen wir denn pro portal 820 eh das holz nur naja nehm ich noch ein bisschen was mit ja ist ok wenn ich mir ne bronzerrüstung mach oder keine ahnung wie viel material braucht das denn 15 insgesamt achso dann mach doch wenn wir das hingeholt haben können wir ja noch viel mehr bronzer herstellen ja hier wegbau guten abend tuskaldir oh mein gott so viel bäume warum hast du jetzt die bronzerrüstung was ist die frage für den boss für unsere große reise zum boss und ich gehe dann irgendwann mal zu auf eisen oder sowas ich würde dann gerne auf eisen gehen ja du hast eine trollrüstung er hat keine komplette trollrüstung aber nicht mal ne vollständige trollrüstung teilweise wir haben nicht so viele trolle letztes mal gejagt ja wir werden wir müssen ja eh in den dunkelwald gehen dann werden wir noch welche finden naja nur die trolltuniker und die trollhose und dann will ich eigentlich auch nicht doch mal dann oder 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 also warum hast du im dunkelwald wo schlägst du mich warum schlägst du mich übrigens hat jemand unter den videos geschrieben man sollte versuchen wirklich äh wildschweine zu sammeln beziehungsweise zu tamen weil die sich schnell vermehren und man kriegt dann halt relativ viele materialien raus ja aber guck mal wie viele leder scrubs sie jetzt schon haben also das kommt weg das kommt weg das äh zack 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 das da ja was für dämliche tiere man kann nie genug zu haben sagt der chat schon ja der wald bewegt sich oh der wald bewegt sich oh ihr werdet angegriffen soll ich zurück kommen ja ich weiß nicht hm 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 entscheide dich über die zeit sie hat sich schon sehr gut aus ja die kann ja nicht viel machen ne also was sollen die dann machen wir ich wollte mich ganz kurz noch ein paar von den Echsen schwänzen holen zum anbraten oh oh ich habe die bühne angegriffen also sehen oh ich habe ja oh 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 hier prühe ich die scheiße raus ach so nutzlos ey komm her Echse ich kann wirklich nur noch verlotten Stoffen oh namensspartaner äh da kommt irgendwas grosses angelaufen aus dem wald wo der brut halt ach das war schon vorbei die verziehen sich jetzt wieder so ja ich werde sie aber machen so aber einmal kurz drücken nicht das war schon der zweiten Raid aufgebeten aber dass wir es tun also der 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 Tja, mich ärgern, weil ein Bug wieder vom, wieder am Laufen war. Wie repariert man in dem Spiel die Waffe, du gehst an eine Werkbank und klickst an der Seite, dich einfach nur fest. Ja, ja, ich hab wieder weniger wiederbekommen beim Zerstören des Ofens. Also es gibt einen Bug, wo halt... Ja, ja, ist auch passiert. Ich möchte es darüber nicht denken. Oh. Aus. Ähm. Ähm. Musik 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 Also ich habe jetzt in der Festhalle meinen Platz markiert Hast du draufgepinkelt? Hast du Plätze markiert? Ne, da steht mein Getränk Ah Das ist mein Platz Als bei meinem Platz ein Getränk markieren könnte Was ist das? Ja, da steht jetzt mein Trink drin An meinem Platz steht mein Bier Hast du das? Ach Ja, wahrscheinlich einfach nur was hingestellt Danke Nightblade für ein Twitch bei einem Abo Namens Zarlon Schade Schade, das können wir nicht machen Ähm Hm Pfff 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 Pff Pff zu verbinden portal kennung heimat ich würde ein bisschen jagen damit wir dann für den boss genug zum essen haben und fleisch ja ja ein re und ein vogel danke bengoku für den sap ja Du fühlst dich ausgeruht. Ob ich die, wenn man die Vögel abschießt, die verspringen einfach, das ist schon witzig. Das macht voll Spaß, auf die zu schießen. Du Mörder. Aber mein Vater hat mir früher erzählt, dass er immer mit dem Luftgewehr auf Tauben geschossen hat. Schnecken, ja? Ne, nicht auf Schnecken. Das ist besäglich, die platzen richtig. Oh mein Gott, was bist du denn für ein Psychopath? Ein paar gegen Nacktschnecke, Alter. Oh, hier ist ein Fisch. Ja, hab ich auch mal entdeckt. Habt ihr den Händler gefunden, ey, oder? Nein, haben wir noch nicht. Woher das weiß wahrscheinlich, weil er das gemacht hat, weil es ein Psychopath ist. Was ich jetzt hier alle ernsthaft im Game gecraftet habe. Da habe ich euch gecraftet, einen Helm. Ja, kann er ja machen. Ups. Da habe ich. Ich glaube, da kann ich mir eigentlich. Boah, da verfügt uns da, Schläder. Ob ich für den Nex hier unterwegs bin, also wenn's regnet, ist ja echt auch... Ich bin aber auf dem Zolljagen. Gott. Ja, das wird voll gut gefehlt. Ja, die hat das Wasserstark. Der Vogel will ich. Verdammt. Mein Treffer. Warte. Du musst springen. Alles ruhig. Wir würden vielleicht einfach lieber erstmal schlafen gehen sollen, damit wir nicht in der Nacht jagen. Ach, das passt schon. Nachts ist aber dunkler als draußen. Stopp, da ist ein Reh. Oh, Vincent. Und... Ja, wenn ich's was vorne sagen könntest. Ja, das hast du gesehen. Das hab ich nix gesagt. Das ist ein Leck. Ich denk mal, ich jag in die andere Richtung. Damit wir uns nicht so im Weg stehen. Wenn man zusammen irgendwie rumläuft und jagt, dann ist das, glaub ich, eher kontraproduktiv. Ne, die Jagdtiere werden hochgelevelt. Also du kriegst halt dann ein Stern und zwei Stern Gegner. Auch bei den Tieren. Wenn man nur zweit ist. Und dadurch kriegst du halt auch mehr Loot von denen. Ich glaub, bisher hab ich noch keinen Zwei-Sterne-Typen gesehen. Ich hab schon mal zwei Sterne für das Stück gesehen. Ich auch. Ja, ich hab sie auch schon gesehen, aber nicht voll jetzt gerade beim Jagen. Du musst dich auch n bisschen wegbewegen von hier. Ne. Das war klar, dass das... Ja. Oh. Mit der Lederhör im Wrath. Scheint ist einfach voll erinnert. Jage seine Nachfrage. Jage seine Nachfrage. Hab ich grad einen Brunstein mit dem Frosch. Klaas hat übrigens jetzt das Körbchen von meinem Hund komplett eingenommen. An sich das Körbchen, was hier am am PC war. Mein Hund darf nichts selbst besitzen. Leder, die haben wir jetzt sind. Oh. Hier ist Leder, ich kann's mitnehmen. Ja. Ich glaub, ich hab schon genug für... ...hatsch. Alter. Leder. Ah. Der Mobs wird verdrängt. Mobsdiskriminierung. Ich hör dich nicht, das Spiel ist zu laut. Ich versteh dich nicht, das Spiel ist zu laut. Ich hab Kopfhörer auf. Ich hab noch einen Reh irgendwo. Stopp, warte Vincent, bevor du weiterläufst. Wir sind drei Rehe. An der Stelle. Da möchte ich mit dem Boden rein. Immer diese kommunistischen Katzen. Nein, kommunistisch wäre das, wenn die Katze alles teilt mit dem Mobs. Ich glaub die anderen Rehe sind abgehauen. Nein, doch nicht. Ah, so ein Wildschwein. Okay, nice. Ich greife. Ich würde jetzt mal nach Hause gehen, weil ich hab echt viel und ich würde jetzt mal alles durchbraten. Können wir das mitnehmen? Nee. Ja. Ich glaub die hier liegen. Kann ich halt auch nicht nehmen. Ritten liegt noch Lega Pläderzeug. Vincent ist ganz gut. Bei mir ist der Inventar voll. Vincent? Ja. Das ist kacke. Vincent, denk noch über deine Worte nach. Ich geh schon mal zurück. Du kannst halt noch ein bisschen Leder. Und dann kannst du auch mit zu bekommen oder noch weiterjagen. Ich kann mir sowieso den Leder helfen. Also. Wir müssen auch definitiv noch ein Schiff craften. Mit zwei den Mosse kommen, wo man schnitt. Stopp. Ich bin ja höchstens noch die Leder-Saison machen, aber mir ist das eigentlich egal. Ich werde erstmal Yordle noch Sachen geben, weil der hat noch gar nichts, glaube ich. Wie hoch sind denn bitte schon die Wellen? Ist halt gerade schlecht Wetter. Wenn wir nochmal Dings haben, dann sollten wir erstmal Yordle auschippen, weil ich glaube nicht, dass der eine gute Rüstung hat. Ich glaube, Yordle hat sich einfach irgendwas gecraftet vor ein paar Minuten und der sagt ja auch nichts. Und deshalb müssen wir das nicht berücksichtigen, denke ich. Wir haben jetzt noch ein Leder hin. Oh, sehr schön. Toll. Nein. Nein. Weg Gut Nein Macht's vielleicht Ich glaube, du bist ein bisschen nah Troll War Troll, war nah Troll Jetzt so'n Troll? Ich mach'n Troll gerade Der ist zufällig hier aufgetaucht Jetzt ist er tot Troll Oh, ein bisschen Jetzt überlege ich, ob ich alles Wirklich alles schon bei mir geupgradet hatte Vom Trollkram Ist jetzt erst auf noch mehr Upgrade? Hallo? Der muss ja auch gucken, wo ich bleibe Ich hab noch nicht verandert So wie du Streamer-Vorteil Ist voll aufgehend So wie du jetzt Du Oh In meine Sachen Habe ich auch noch ein bisschen Fleisch gebraten Ja Wir haben jetzt halt einiges noch in der Truhe Ja, ich hab auch einiges davon noch in die Truhe reingemacht Von meiner Jagd Ja, ich hab das auch noch Da ist nix mehr da, ich hab alles gebraten Da ist ja schon Einige Wieso Wieso Ich hab' schon ein paar gestorben sind Weil das auch ne Schamane Einfach kein Bock und das war der Stort die Schammer und so von ja aus dann töte sie doch Da hab ich ja gerade Ganz knapp So... Cool, das ist einfach umgefallen Bronze, falls du noch keine vollständige Bronze-Rüstung hast Streamer-Vorteil Geht noch fein einfach um Warum willst du dem Jordan jetzt ne Bronze-Rüstung machen? Hä, damit du was... Wenn wir gegen den Boss fighten... Ja, dann sollte vielleicht Sawler erstmal ne beste Rüstung bekommen Jordan hat auch noch die Scrap-Leader-Rüstung Ja, kann ich ja nix für Die Leute, die nicht reden, bekommen auch nix, so einfach ist das Wenn ich auch den Schwersten neu ausstatten, bevor er jetzt hat... Danke... Einige, du machst ihn jetzt äh... Aus... Übersetzer Pause hergestellt Ich würd, dass ich jetzt, glaub, alles verbraten wird Wir können ja noch jemand hinholen Die ganze Kupferjagd umsonst So... Jetzt ist mal ein bisschen Troll... Oh, da oben ist ein Prude Das ist mir egal So, mit Streamer-Vorteil... Ich dachte, die Dinger fallen gleich oben So... Ja, was soll ich damit? Brauch ich ja nicht... Fuck... Super... Hm... Hm... So... Ähm... Was wollte ich denn holen? Laden wir doch mal rein... Ich hoffe, es wird Voltag... izauch... Was ist nicht imod Mercedes-Benz?